In dieser Aufgabe ist die Verlustleistung am Vorwiderstand einer LED gesucht. Damit wir wissen, über was wir reden, zeichnen wir uns erstmal kurz das Schaltbild hin, unser Standardschaltbild mit einer Spannungsquelle der LED und dem Vorwiderstand und wir tragen gleich mal die Werte ein, die in der Aufgabe gegeben sind. Das ist die Spannung der Spannungsquelle, dann die Flussspannung der Leuchtdiode und wir wissen, dass der Vorwiderstand einen Wert von 1,5 Ohm hat. Wir suchen jetzt die Verlustleistung am Vorwiderstand R. Wir haben einen Gleichstromkreis und im Gleichstromkreis ist die Leistung ganz einfach, P gleich U mal I und da wir die Leistung am Vorwiderstand suchen, brauchen wir auch die Spannung, die am Vorwiderstand anliegt, nämlich U R und den Strom, der durch den Vorwiderstand fließt. Beides sind Größen, die in der Aufgabe nicht direkt gegeben sind, das heißt, die müssen wir uns jetzt erstmal bestimmen. Fangen wir mit U R an. Die beiden Spannungen, die in der Aufgabe gegeben sind, sind die Flussspannung der Leuchtdiode und die Spannung der Spannungsquelle. Nach der Maschenregel muss ja die Summe aller Spannungen in dieser geschlossenen Masche 0 sein, das heißt, die Spannung am Vorwiderstand U R muss die Differenz aus der Spannung einer Spannungsquelle minus der Flussspannung der Leuchtdiode sein. Dann brauchen wir noch den Strom durch den Vorwiderstand, den können wir uns über das Ohmsche Gesetz ausrechnen, I gleich U durch R. Auch da müssen wir wieder genau die Werte an dem Widerstand einsetzen, nämlich, wenn wir die Spannung einsetzen wollen, dann brauchen wir auch wieder die Spannung am Vorwiderstand U R. Naja, und die haben wir ja gerade schon mal bestimmt. Da können wir wieder die Differenz aus U und U F einsetzen. Und wenn wir das zusammenfassen, dann haben wir hier zweimal U minus U F miteinander multipliziert, also U minus U F in Klammern zum Quadrat geteilt durch den Vorwiderstand. Jetzt haben wir in der Gleichung nur noch Werte, die in der Aufgabe gegeben sind, können die alle einsetzen. Dann können wir hier noch den Zwischenschritt einfügen, 5 Volt minus 3,2 Volt sind 1,8 Volt. Das Ganze natürlich immer noch im Quadrat, genauso die Einheit im Quadrat. Und wenn wir das dann ausrechnen, kommen wir auf eine Verlustleistung von 2,16 W, die im Vorwiderstand in Wärme umgesetzt wird. Also muss der Widerstand von seiner Bauart, von seiner Konstruktion auch in der Lage sein, diese Leistung von etwas über 2 W tatsächlich in Wärme umzusetzen, ohne Schaden zu nehmen. Und das kann man dann im Widerstandsdatenblatt nachschauen, für welche Verlustleistung so ein Widerstand ausgelegt ist. Wenn wir jetzt Widerstände zur Auswahl haben, die entweder 500 mW, 1 W oder 5 W in Wärme umsetzen können, dann müssen wir den Widerstand wählen, der mindestens 2,16 W vertragen kann. Also in dem Fall müssen wir dann den 5 W Widerstand nehmen. Und dann können wir den Widerstand nehmen.